Peace, Freunde der gepflegten Investition. Heute, ihr seht es im Hintergrund, ein Zuschauerportfolio mal wieder. Allerdings machen wir es heute ein bisschen anders, weil viele hatten sich gewünscht oder haben, ich sage jetzt mal, geschrieben, wir hatten schon sehr, sehr oft den ein oder anderen Coin, Infos etc. Haben wir eigentlich schon genug. Wäre cool, wenn du vielleicht mal eine Prognose raushaust, was schätzt du, was erreichen wir aktuell nach jetzigem Stand im Bullrun bei den verschiedenen Coins, die dann der Herr, die Frau im Portfolio hat. Deswegen werden wir es heute mal ein bisschen anders machen. Ich meine, zu Ripple habe ich heute was Interessantes gelesen. Da gibt es gleich nochmal eine kleine News zu, weil ich das einfach sehr, sehr spannend fand. Sonst seht ihr gleich nochmal eine zweite Folie, einfach mit meinen Prognosen für den Bullrun nach jetzigem Stand. Genau, würde aber sagen, bevor wir loslegen, natürlich sehr, sehr gerne Däumchen hoch, wenn ihr Fragen habt oder was natürlich auch am Portfolio verändern würdet oder irgendwas anders seht, könnt ihr das natürlich gerne auch in die Kommentare schreiben und wenn ihr ein Portfolio habt, was ich bewerten soll, wie gesagt, könnt ihr sehr, sehr gerne auf Insta oder so durchschicken. Der Kollege hat auf jeden Fall insgesamt ungefähr 77.000 investiert, steht aktuell bei ungefähr 50.000 im Gesamtportfolio wert. Ich weiß es nicht genau, seit wann er dabei ist. Er hat auch gesagt, er will das alles anonym halten. Hat auch nicht mega viel geschrieben, ehrlich gesagt, aber respektiere ich natürlich. Er wollte einfach nur meine Meinung dazu und hat eben auch gesagt, du, was schätzt du, was sind bei den verschiedenen Coins einfach für Preise möglich im Bullrun und da werden wir gleich eben auch nochmal auf die andere Folie gehen, bevor wir uns das anschauen. Nochmal kurz zur Aufteilung, einfach nur kurz meine Meinung. Ich meine, gut, er hat einen halben Bitcoin. Ich meine, bei 50k macht das meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn. Macht in Summe irgendwie 22.000 Euro. Ethereum dann an der 2. Macht in meinen Augen auch absolut Sinn. Von der Menge könnte man jetzt natürlich, ja, meiner Meinung nach eher ein bisschen mehr nehmen und dafür die kleineren Projekte ein bisschen niedriger ansetzen, weil er hat dann direkt an der 3 XDC. Ich bin mir nicht sicher, ob sogar das das Portfolio ist von dem Typen, der die ganze Zeit kommentiert mit XDC und 10.000 Ausrufezeichen, könnte natürlich sein. Weil ich habe bisher wenig Portfolios gesehen, wo XDC an der 3 ist. Und dann auch noch mit einem sehr guten Betrag, also knapp 15% ungefähr in dem Portfolio. Das hätte ich halt anders gemacht auf jeden Fall. Ich denke, die, die schon das ein oder andere Portfolio-Video angeschaut haben, wissen, dass ich sowas dann halt eher weiter hinten ansetze. Auch wenn ich XDC stark finde, werden sie jetzt auch schon ein paar Mal mit drin. Geile Infos, geiles Projekt. Sieht sehr, sehr spannend aus, aber darf man halt auch nicht überbewerten, weil es halt noch verhältnismäßig dann doch eher klein ist. Deswegen hätte ich jetzt auf jeden Fall XDC definitiv hinter Chainlink und XRP gepackt. XRP hätte ich vermutlich vor Chainlink gepackt und hätte dann wahrscheinlich Polkadot und XDC so von der Aufteilung genommen. Ich denke, das macht also zumindest in meiner Welt irgendwie am meisten Sinn. Ich halte auch viel von Polkadot. Habe ich auch einen kleinen Bestand. Würde ich jetzt aber auch nicht zu hoch gewichten. Klar, sehe ich auch im nächsten Bullrun auf jeden Fall stark. Aber ich habe halt einfach meine Favoriten, wo ich mir einfach ein bisschen sicherer bin wie bei solchen Projekten wie jetzt bei Polkadot. Vor allem habe ich jetzt auch nicht jede News von Polkadot verfolgt, weil ich jetzt da auch nicht den riesen Bestand habe, wo ich jetzt sage, boah, da muss ich mir jetzt alles komplett reinpeitschen und immer auf dem neuesten Stand bleiben, weil da ist mein gefühlt halbes Leben drin oder so. Deswegen, also das wäre erstmal so meine Aufteilung. Also Bitcoin auf der 1, Ethereum dann auf der 2, wie er es auch hat. Dann aber XRP, dann Chainlink, weil ich da wie gesagt auch sehr, sehr viel Großes sehe. Ich habe es das letzte Mal auch schon mal angesprochen mit dem ganzen Immobilienkram, weil viele sich eben kein, was weiß ich nicht, ganzes Haus leisten können oder eine ganze Eigentumswohnung leisten können und die haben ja dann auch nochmal eine Option, dass man das eben über die Blockchain verbunden hat, also quasi den Immobilienmarkt mit der Blockchain und so dann eben auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel Anteile zu kaufen von einer Eigentumswohnung und dann trotzdem davon zu profitieren. Und da werden wir auch gleich nochmal kurz auf die XRP News gehen, weil da gibt es auch was meiner Meinung nach auf jeden Fall Spannendes. Aber schauen wir uns erstmal kurz die Prognosen an, die ich im Bullrun auf jeden Fall sehe. Fangen wir natürlich erstmal mit der 1 an. Bitcoin sehe ich nächsten Bullrun beim Top ungefähr bei 100.000 Dollar. Ich meine, ich habe schon sehr, sehr oft drüber geredet. Ich will ab 90, 92, 93, 95 halt anfangen, einiges auf jeden Fall zu realisieren. Wir hatten es im letzten Talk auch schon mal angesprochen. Natürlich macht es auch Sinn, das da vorzumachen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wann hast du eingekauft, was hast du genau für einen Plan im Kopf. Ich bin sehr, sehr krass von Bitcoin überzeugt und mich würde es jetzt auch nicht umbringen, sage ich mal, wenn im nächsten Bullrun halt nicht die 93 erreicht werden. Dann sitze ich das aus. Spätestens den Bullrun darauf wird das passieren. Aber ich bin mir eigentlich schon relativ sicher, dass es passieren wird. Weil wenn man sich mal die letzten Sprünge immer wieder anschaut, von Bullrun zu Bullrun, dann sind für mich 90 auf jeden Fall mehr als realistisch. 100 würde ich jetzt mal sagen, ist schon eher konservativ. Weil ich meine, wenn du dir andere Prognosen anschaust, viele reden von 200, 300.000 Dollar. Was wirklich auch sehr, sehr häufig vorkommt. Aber ich finde es einfach zu hoch gestochen. Klar, viele reden davon, der nächste Bullrun, das wird der, der am heftigsten einschlagen wird und sonstiges. Weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz vorstellen. Ich denke dann eher, dass der Bullrun darauf richtig einschlagen wird. Weil ich meine, ihr kriegt ja auch mit, was aktuell noch alles besprochen wird. Was aktuell noch für Gesetze gerade am, oder woran gerade noch gefeilt wird, besser gesagt. Und das wird Ende 2024 oder im Laufe 2025 meiner Meinung nach noch nicht so ganz passieren. Sondern dann erst die Jahre drauf. Auch wenn das natürlich ein riesen Bullrun werden kann. Also ich meine, sonst wäre ich nicht in Krypto investiert, wenn ich nicht dran glauben würde. Aber ich würde halt nicht sagen, das ist der krasseste, den wir jemals sehen werden. Wie viele halt behaupten. Kommen wir zu Ethereum. Dort sehe ich ungefähr 12.000 Dollar. Werd aber auch schon deutlich früher auf jeden Fall einiges realisieren. Also irgendwo ab 7.000 Dollar fange ich an. Weil das sind für mich halt auch, ich meine, ihr dürft nicht vergessen. Die Preise, die jetzt hier sind, die sehe ich persönlich als Top. Das heißt aber nicht, dass man dort dann auszahlen sollte. Also ich meine, erstmal müsst ihr das natürlich eh selber entscheiden. Aber für mich ist das erstmal das Top. Ob das erreicht wird, weiß ich natürlich auch nicht. Ich sehe es als realistisch. Aber ich fange auf jeden Fall deutlich früher an, einiges zu realisieren. Also bei Ethereum, wie gesagt, so ab 7.000 Dollar. Aufwärts, Stück für Stück. Natürlich nicht alles auf einmal, sondern wirklich peu à peu. XTC, klar, kann man schwierig prognostizieren. Ich meine, das ist halt auch ein Coin, da kann halt sehr, sehr viel passieren. Ich finde, bei Bitcoin, Ethereum ist es noch verhältnismäßig am einfachsten. Weil du halt auch eine gewisse Historie einfach hast. Und verschiedene Verläufe einfach aus den letzten Bullruns. Bei XTC ist es halt schwierig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwie roundabout plus minus 30 Dollar Cent stehen könnten im Bullrun. Kann natürlich bei so einem Coin auch deutlich mehr sein. Oder auch deutlich weniger. Das ist jetzt kein Richtwert, wo man sagen muss, okay, der Dave sagt das, dann stimmt das. Also wirklich nicht. Das ist nur einfach eine Schätzung. Bei Polkadot könnte ich mir vorstellen, dass wir ungefähr 60 Dollar sehen. Wenn sie weiter an ihrer Technologie arbeiten und das Ganze so umsetzen, wie sie es vorhaben, ist das meiner Meinung nach realistisch. Aber ist halt auch eine sehr, sehr vage Vermutung. Also bei Polkadot oder so, das ist halt auch wirklich nur eine reine Schätzung in die Zukunft. Da kann man auch nicht, ja, keine Ahnung, kann man auch völlig daneben liegen. Bei Bitcoin, Ethereum denke ich, liege ich jetzt nicht krass daneben. Und bei Chainlink könnte ich mir vorstellen, 100 Dollar. Ich finde, wie gesagt, die Themen, die sie aktuell bearbeiten, da sind sie auf jeden Fall einigen anderen Projekten voraus. Die teilweise auch schon lange dabei sind. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Chainlink auf jeden Fall nächsten Bullrun gut einschlagen wird. Und ich sehe da ungefähr 100 Dollar. Dann kommen wir als letztes zu XRP. Ich glaube, ich habe die Prognose auch schon öfter genannt. Ich meine, die schwankt jetzt, glaube ich, von Video zu Video bei mir nicht so krass. Kann natürlich sein, dass ich mal vor einem halben Jahr was von 10, 12 oder sowas erzählt habe. Nur das kommt natürlich dann auch immer darauf an. Was ist aktuell gerade in den News? Wird gerade davon gesprochen, okay, das ist so gut wie beendet. Wir sehen das und das. Manche Sachen verändern sich halt. Also ich denke, das ist relativ normal, dass man dann auch die Prognosen anpasst. Ich meine, gerade die Leute, die auch aktiv traden und wirklich Ahnung auch davon haben, die haben alle paar Monate, sage ich mal, andere Prognosen, weil sich der Markt halt einfach anders verhält. Und verschiedene Sachen passieren, die dann natürlich auch die Prognosen nach oben schrauben, nach unten schrauben oder was auch immer. Deswegen kann man es schwierig sagen. Vielleicht noch so grundsätzlich zum Zeitpunkt, zum Bullrun. Ich meine, da habe ich jetzt auch öfters mal mit Kollegen und so drüber gesprochen, was sie vermuten, und was ich vermute, die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die haben gemeint, ja, also ich denke, dass es Ende dieses Jahr schon losgeht. Andere, die auch wieder sehr, sehr oft dasselbe gesagt haben, haben gemeint, ja, nee, das wird erst Mitte, Ende 25 passieren. Also bin ich ehrlich gesagt bei beiden nicht so dabei. Und ich würde sagen, ich bin irgendwo dazwischen. Also ich meine, keiner von uns kann es 100% sagen, aber ich denke halt einfach mal, dass wir so ab Mitte 24 auf jeden Fall unseren DCA gut betrieben haben sollten, die Bestände, die wir im Kopf haben, einfach eingekauft haben sollten, weil dann wird es einfach sehr, sehr spannend und dann kann es meiner Meinung nach jeden Moment auch losgehen. Aber ich sage euch ehrlich, von mir aus kann es auch im Januar losgehen. So meine Taschen sind gepackt im Endeffekt und ich bin auf jeden Fall ready für den Bullrun. So, ihr könnt natürlich gerne mal eure Meinung reinschreiben, was denkt ihr? Wann fängt der Bullrun an, beziehungsweise wann geht es los? Was habt ihr für Prognosen? Ihr könnt natürlich gerne auch für die Coins, die wir jetzt hier im Video hatten, mal eure Prognose reinschreiben. Und die Ripple News nochmal am Ende. Ich meine, ihr seht es hier, Ripple schreibt Geschichte mit dem ersten durch eine Hypothek abgesicherten Stablecoin. Ihr seht es hier, das Ganze nennt sich Home, also der Utility Token. Ihr seht hier auch nochmal die Vorteile von dem Ganzen. Also ich werde euch den Artikel einfach mal unten verlinken, dann könnt ihr euch mal in Ruhe das Ganze anschauen. Geht im Endeffekt auch darum, dass man halt Immobilienbesitzern, Hausbesitzern etc. da ein bisschen entgegenkommt. Man hat hier auch nochmal die wichtigsten Vorteile von Home drin. Könnt ihr auch kurz stoppen, euch nochmal durchlesen oder halt einfach auf den Artikel nochmal drauf. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und meiner Meinung nach wird da noch einiges kommen bei XRP. Auch wenn den viele schon so ein bisschen abgeschrieben haben, das Ganze wie gesagt halt als Stablecoin oder so bezeichnen. Jetzt haben sie einen wirklichen Stablecoin zu XRP. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ganz spannend und zeigt auf jeden Fall, dass da auch gearbeitet wird und dass da keiner irgendwie den Kopf in den Sand steckt und sagt, oh je, jetzt ist alles vorbei. Wir verlieren die Klage bestimmt bis bald alles auf Null. Also sehe ich bei XRP überhaupt nicht. Natürlich muss man dazu sagen, wir sind es glaube ich seit 5 Jahren nicht mehr bei einem ATH gewesen. Das ist natürlich mega bitter, aber ist natürlich kein Hindernis. Ich sehe das auf jeden Fall positiv, weil wie gesagt, den Preis, den aktuell XRP hat, der ist für mich kein schlechter. Und ich denke, dass man da einiges noch draus machen wird die nächsten Jahre. Man braucht natürlich trotzdem Geduld. Wenn man jetzt schnell schnell machen will, irgendeinen Schnellschuss oder sonstiges, dann sind da wahrscheinlich andere Coins besser. Aber gut, deswegen sollte man natürlich gut diversifiziert, also vielseitig einfach aufgestellt sein, um einfach ein gut gemischtes Portfolio zu haben. Also irgendwas Langfristiges, irgendwas Mittelfristiges, irgendwas Kurzfristiges, dass einfach jeder Bereich irgendwo abgedeckt ist und das mit einem gesunden Risikoverhältnis einfach. Das ist auf jeden Fall heute mal ein bisschen anderes Portfolio. Ihr wolltet ein paar Prognosen, deswegen gab es heute mal eine abgeänderte Form von einem Portfolio-Videos. Könnt ihr natürlich gerne auch drunter schreiben, wie ihr es findet. Oder wollt ihr lieber wieder die Coins erklärt bekommen mit ein paar News dazu. Können wir auch eine Mischung nächstes Mal draus machen. Wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns spätestens wieder am Montag. Haltet die Ohren steif, treibt es nicht zu bunt und bis bald. Peace, peace.